Die Geschichte einer jungen Zauberin und ihrer Katze Ja, das werden wir auch tun. Wir gucken es uns aber erstmal an. Auf zum Abenteuer. So, und da sind wir. A Tale for Honor. Genau. So, lass mal gucken. Ich hab's schon mal ausprobiert. Und ja, ist ganz putzig, ist ganz niedlich. Fällt wahrscheinlich in die Kategorie Wimmelbildspiele. So, spielen. Dieses Spiel basiert auf Märchen, die einer der Entwickler für seine Tochter Anna geschrieben hat. So, das wird eine tolle Überrischung für Anna sein. Sie wird es lieben. Noch ein bisschen fester. Und noch ein Knoten. Ja, und... Miau, Miau, Anna, Hilfe. Ich rutsche ab. Anna. Tale, nein. Halt noch ein bisschen durch. Ich werde mir etwas einfallen lassen. Okay, so. Wir sollen diese Tropfen hier sammeln. Und... Na komm, los geht's. Ui. Wow, ich bin am Leben. Aber wie? Hm. Hm. Anna, wie es aussieht, dass deine Magie erwacht. Was bedeutet, dass wir in großer Gefahr sind. So, so. Die Königin hat die anderen Magier bereits ihrer Magie beraubt. Sobald sie deine Magie spürt, wird sie die gerissenen Schatten losschicken, um dich zu finden. Anna, du bist die letzte Magier im Königreich. Wir können nicht zulassen, dass du in ihre Klauen fällst. Ich spüre eine seltsame Kraft in meinen Händen. Endlich, ich habe dich gefunden, junge Magierin. Worauf wartet ihr noch? Bringt sie zu mir jetzt. Anna, versteck dich, während ich versuche, unsere ungebetenen Gäste aufzuhalten. Was auch immer passiert, verlasse das Haus nicht. Du darfst dich nicht vor den Schatten umfangen lassen. Auf keinen Fall. Verstecken ist eine schlechte Idee. So, das ist das Haus, das ist unsere Umgebung. Möchtest du das Tutorial ansehen? Och, wieso eigentlich nicht? Klar. So, Till braucht Hilfe. Klicke auf die Tür, um sie dir genauer anzusehen. Ja, ja. Ah, was du benötigst. Die anzählte Teile, die du finden musst. Okay, das ist klar. Also hier unten werden die angezeigt. Wunderbar. Und hier kommen wir wieder zurück. Das müssen wir finden. Das ist das Inventar. Es zeigt jedes Element an, das du sammeln musst. Wenn du vergessen hast, wie ein Element zu finden ist, fahre mit dem Auszeiger über sein Bild. Anna, gib dir einen Hinweis, wo du es verwenden kannst. Ah, okay. Du kannst magische Hinweise auf deiner Suche benutzen. Nimm die Handtasche und lege Blütenblätter hinein. Aber sehr gerne. Da ist da ein Blütenblatt. Siehe da. Klicke hier, um einen Hinweis zu benutzen. Er zeigt dir, wo du noch nach Gegenständen suchen musst, die du brauchst. Wenn ein Gegenstand an einem anderen Ort ist, wird dich der Hinweis dorthin führen. Oh, sieh an. Die Gabel ist auf dem Dachboden. Klicke auf den Aufzug, um dorthin zu holen. Was du benötigst. Tja, die Anzahl der Teile, die du finden musst. Okay, verwende einen anderen Hinweis. Gerne. Schau, der Hinweis zeigt dir auf einen anderen Gegenstand, den du brauchst. Schnapp sie dir. Okay, hab's. Cool. Ja, so. Und jetzt finden wir den Rest der Bretter. Natürlich. Okay. So. Okay, da oben ist noch ein Brett. Alles klar. So. Was haben wir hier? Oh. Okay. Hier sollen wir einen Wattepausch oder sowas finden. Okay. Sehr gerne. Sehr gerne. Da ist das Ding. Gut, jetzt kann ich es zusammenbauen. Alles klar. Juhu. Jetzt kannst du auf den Dachbogen gehen. Sagen wir mal. Wer bist du denn? Hallo, kleine Zauberin. Wir haben nach dir gesucht. Wenn wir mit deinem flauschigen Freund fertig sind, bist du die Nächste. Ich muss diesen Verrückten ignorieren und Tate helfen. Natürlich. So. Okay, mal gucken. Ich brauche den Ruhig. Schach. Oh. Ich kann nicht so aufzieherste Licht ohne Schlüssel öffnen. Verstanden. Aber da ist der Puschel. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, wo ich die Gegenstand verwenden kann. Das hat so viel Spaß gemacht. Tate liebt es, Seifenblasen zu jagen. Oh. Das sammle ich auch mal ein. Okay. Hier gibt es offensichtlich eine ganze Menge, was wir noch einsammeln können. Ich muss mich zuerst um den Schatten kümmern. Und dann kann ich mich ein wenig umsehen. Okay. Gut. Gehen wir erst mal runter, ne? So. Den Wattebausch. Warte, da blinkert doch auch was. Alles klar. Gotcha. So, den Wattebausch. Du siehst du nicht aus klein. Ich werde dir etwas zu essen wollen. Oh. Okay. Sechs von diesen Dingen müssen wir finden. Okay. Gut. Da ist schon der erste. Sehr gut. So, noch etwas. Nein. Da ist noch einer. Das brauche ich noch nicht. Alles klar. Was haben wir hier? Oh. Die Winde müssen wir auch noch finden. Okay. Was haben wir da? Feuerwerkskörper müssen wir finden. Okay. Aber sonst liegt hier nichts weiter rum, ne? Nein. So. Feuerwerkskörper. Dich nehme ich mit. Ich brauche einen anderen Bestand. Und, ach, guck mal hier. Brauche ich noch nicht. Alles klar. Da ist noch ein Feuerwerkskörper. So. Auf dem Dachboden sollte die Gabel sein, ne? Habe ich die denn eben übersehen? Ach, hier komme ich noch nicht rein. Ich muss erst den Drachen besiegen. Noch ein Feuerwerkskörper. Alles klar. Und da ist der dritte. Das nehmen wir noch mit. Ach, hier, guck mal. Da ist die Gabel. Jawohl. Alles klar. So, haben wir noch was cooles hier. Sieht nicht so aus, ne? Gut. Dann lass uns erst mal die Tür öffnen. Äh, warte. So. Okay. Pieks. Klicke nun auf die Tür. Aber sehr gerne. So. Dann nimmst du raus da. Ah. Tay, lass dich nicht von ihnen fangen. Anna, ich habe dir gesagt, du sollst im Haus bleiben. Ich führe sie weg. Warte, ich werde dir helfen. Kaboos. Okay. So. Tay hat immer gesagt, dass der Keller tabu ist. Ich glaube, ich kann diesen Regel jetzt, diese Regel jetzt ignorieren. Okay. Okay, da oben sehe ich noch einen Feuerwerkskörper. Das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Was ist hier? Oh, warte. Da haben wir auch noch was. Honey, Spiney, Spider. A und F. Schnitzerei für Anna und Tay. Wir sind BBF. Wir sind so BBF. Alles klar. Hier liegt nur eine Menge Zeugraum. Oh. Okay. Hier brauchen wir Ringe. Alles klar. Ringe habe ich, glaube ich, schon gesehen. Guck mal. Hier ist einer. Ah. Noch mehr. Okay. Es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Statt weniger wird es immer mehr. Ich nehme mich auch mit. Noch was. Ich kann die Luke nicht ohne einen zweiten Drehreff öffnen. Natürlich. Okay. Wären wir schon noch was. Ah, hier ist noch was. Ja, okay. So, ähm, okay. Ring. Ach, du Heilige. Okay. Gut. Das könnte auch noch irgendwas sein. Was auch immer das heißt. Hm. Hier brauche ich einen anderen Gegenstand. Natürlich. Das weiß ich noch nicht. Da können wir noch nicht lang. Okay. Da drüben. Ich brauche noch einen Fisch. Okay. Sehr gut. Aber dann noch einen Fisch hier. Ich brauche einen anderen Gegenstand. Natürlich. Hier ist noch ein Fisch. So. Fünf von sechs. Nur noch einer. Okay. Ist denn hier noch einer. Ist denn hier noch einer? Suche ich vielleicht auch mal nach den Fischen. Das braucht ein bisschen mehr. Naja, sagen wir mal ein bisschen kanalisieren, ne? So. So. Nein, hier. Da ist kein Fisch. Nee. Okay. Okay. Das sieht eher aus wie Kekse als wie ein Fisch. So. So. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hier ist ein Ring. Da ist auch ein Ring. Aber an den komme ich nur nicht ran. Okay. Schon gut. Und da ist noch ein Fisch. Oh. Ah. Gut. Dann füttern wir doch erstmal den Fisch. Wie wird das denn? So. Fischi. Guck mal. Oh. Das sind tatsächlich Kekse. Ah. Und da ist das Rad. Nicht schlecht. Okay. Na? Bist du zufrieden? Yay. Du könntest dich jetzt nützlich. Du musst einen Weg finden, dich zu tragen. Wie? Was ist der Fisch jetzt? Okay. Okay. In einem Schuh. Hm. Klar. Ähm. So. Nein. 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 Okay. Ich gehe erstmal nach unten. So. Um die Luke zu öffnen, benutze die Werte, um das Spielbrett zu drehen. Äh. Die Dinger. Okay. Und den Ball fallen zu lassen. Sehr gerne. Okay. Da müssen wir raus. Ja. Okay. So. Dann müssen wir gucken. Wie kommen wir denn da hin? Okay. Jetzt können wir nach da gehen. Das bringt aber nichts. Und nach hier. Dann kommen wir auch wieder da hin. Ah. Wie weit ist das denn von mir? Wir müssen nicht hier dran, ne? Ich versuche mal hier aufzukommen. Hier, halt mal so. Könnte es funktionieren. So. Ähm. Hier, 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 da, 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 da. Ja, das funktioniert. Okay. So. So herum. Jo. Ja. Es ist fast geschafft. Nein. Es ist geschafft. Kaching. Ja. Ja, sehr nett. So, und jetzt kommt er unten hinein, ne? So, was ist denn hier los? Verschwindet von hier, dumme Schatten. Und sagt der Königin, dass sie Anna nie fangen wird. Ah, Tee, nein. Oh, oh, oh. Wir haben dich endlich gefunden, Anna. Wir haben jahrelang nach dir gesucht. Warum? Hat Tee dir nichts über deine Fähigkeiten gesagt? Und wer ich bin? Das wundert mich nicht. Er hat sich so gut in seiner kleinen Hückel versteckt. Wenn du ihn wiedersehen willst, komm im Morgengraum zum Kristallschloss. Sonst verwandle ich den Flohsack in Stein. Du wirst das letzte Kapitel einer langen Geschichte Anna. Oh, oh. Anstatt mit so drum, sag mir, wie ich dorthin komme. Und es seufzt sich schnell jetzt nicht. Ich werde es selbst finden müssen. Na klar. So, das nehmen wir mit. Oh, und das nehmen wir mit. Ah, sehr gut. Das da können wir mitnehmen. Ähm, ich könnte etwas Licht gebrauchen. Ach hier, fünf Kerzen. Okay. Ja, ist gut. Aber erstmal können wir jetzt... Halt, hier, warte, da ist eine Kerze. Ich glaube, hier... Genau, da war auch eine Kerze. Sehr gut. So, ähm... Äh, die Feuerwerkskörper. Ach ja, die waren dahinten. Genau. So, warte mal. Die waren hier. Feuerwerkskörper. Yay. Äh, dann heißt es auf Wiedersehen. Oh, ich muss noch zwei Streichhölzer finden. Na toll. Okay, zwei Streichhölzer. Aber ich bin... Habe ich denn schnell etwas anderes? Den Aufziehschlüssel. Ah. Alles klar. So, den Aufziehschlüssel. Yay. Tail wollte mir einen Streich spielen. Aber immerhin, damit haben wir jetzt diese Dinger. Mehr können wir hier jetzt erstmal nicht machen. Okay, also... Es gibt Feuerwerk. Kinder, es gibt Feuerwerk. Juhu! Ja. Weißt du Bescheid? Spielt nicht mit Feuerwerk. So. Was haben wir denn hier alles? Oh, okay, cool. Ah, das können wir nicht brauchen. Ja. Aber ansonsten... Er ist überall nichts, ne? Gut, jetzt schauen wir uns mal den Brunnen an. Jetzt brauche ich ein langes Seil oder mehrere Kurze, die ich zusammenbinden kann. Natürlich. Warum nicht? Oh, wir haben noch ein Streichholz. Ach ja, natürlich, dafür. Oh, genau. Hier ist noch eine Kerze. Und hier liegt doch bestimmt noch eine rum. Ah. Nee. Nein, nein. Keine Kerze. Okay. Haben wir denn Kerze oder Seil? Okay, da ist ein kurzes Stück Seil. Sehr gut. Sonst nichts. Okay. So, was ist das hier? Wird uns noch nicht offenbart. Na schön. Halt, da war ein Ring. Ich habe gerade noch einen Ring gesehen. Ah, na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier dran. So, da ist noch ein Stück Seil. Das ist technisch gesehen auch Seil, aber okay. Okay. Blätter, weiß ich noch nicht. Okay, okay. Dann gucken wir, da ist noch eine der Ringe. Yay. So. Ist das Seil? Zähl nicht als Seil. Okay. Guck mal, das ist hier vorne. Zwei von fünf ist noch keine so dolle Ausbeute. Da oben ist noch ein Ring. Cool. Da ist ein Stück Seil. Wir räumen hier nebenbei nochmal alles auf, ne? Nee. Die Nägel können wir auch noch nicht verwenden. Hm. Weiter geht's hier noch nicht, ne? Da vielleicht? Der Riemen. Ah, hier ist noch ein Stück Seil. Vier von fünf. Okay. Oh, das war schon alles, was wir dort finden konnten. Okay. Ja, ist gut. So. Ist denn hier ein Stück Seil? Nee. Hier müssen die Kerzen hinein. Und dann finden wir hier auch den Besen. Aber noch, hm, noch nichts. Noch nichts. Drei von fünf Kerzen. Zwei benötigen wir noch. Tja. So, wo sind denn die beiden Kerzen? Hier haben wir schon zwei gefunden, ne? Dann werden wir hier wohl keine mehr finden, oder? Hm. Okay. So, lass mal gucken. Gibt es hier noch eine Kerze? Oh, wo brauchen wir all das Harz, die Nibel, die Puzzleteile und die Blätter? Ich weiß es noch nicht. Nagel. Wo ich diesen Gegenstand wohl verwenden kann? Das ist ein Stück des Besens, du. Ja. Eigentlich kommen wir so noch nicht heran, ne? Okay. Muss ich hier nochmal schauen. Wo ist denn hier noch eine Kerze? Ein Stück Seil. Ah, nee. Da auch nicht. Nein. Hm. Hast du noch ein Stück Seil, du? Oder eine Kerze? Hm. Kann das nicht pilvig sein? Wer macht noch? Einfach nur blub, blub. Okay. Okay. So, hier ist noch ein Stück Seil, aber da kommen wir gar nicht ran. Ich muss mich erst um die Schatten kümmern. Tja. Wie kümmere ich mich denn um die Schatten? Hm. Der Ring hier und das? Okay. Also das scheint noch nicht angesagt zu sein. Wir müssen vermutlich erst mal die Kerzen finden, ne? Ist hier noch eine Kerze? Ähm. Zeig dich. Kerze. Hallo? Ach, wie schade. Ich brauche nur noch dieses eine Stück Seil. Ach, okay. Da hätte ich erst noch draufklicken müssen. Okay. Ja, das ist jetzt einfach. Ja, komm drauf. Das kriegen wir jetzt einfach. Guck mal, da ist es doch. So. Ich weiß, wie man Schatten büßt. Echt? So geht das? So einfach? Na, guck. Das ist ja leicht. Fangen wir drinnen schon. Okay. Juhu. Du bist aufgeregt und gefährlich ausgeschlagen. Also mach eine Pause. Ich mach keine Pause. Wir haben hier noch eine Menge zu tun. Wir brauchen noch das. Die Bienen müssen wir noch was ablenken. Das nehme ich mit die Blütenblätter. Da kommen die Blütenblätter hin. Siehst du? Ich arte doch so etwas. Okay. Da ist noch eine Feder. Da ist noch ein Ring. Sechs vor neun. Es wird besser. Okay. Ich hab mich erst mal auf die Blütenblätter konzentrieren. Da liegt eines. Hier liegt eines. Ach, warte. Das sei. Jetzt muss ich einen Eimer finden. Natürlich. Also gehen wir wieder hoch. So, und da ist der Eimer. Juhu. So, den Eimer da ran. Zack. Aber jetzt können wir noch nach unten gehen. Na, ich glaub, ich würde gerne erst mal diese Sachen mit den Blütenblättern abschließen. Hier waren ja auch noch welche. Guck mal da und da. Hier ist auch noch eines. Sieben. Jawohl. Ja, komm. Und da, die werden wir jetzt die Pflanzen jetzt mal näher herstellen. Oh. Oh. Diese Blütenblätenbläten für eine lange Zeit beschäftigen. Ach, guck mal. So. Das ist schön. Ihr seid versorgt, ne? Ich brauche einen anderen Gegenstand. Ah. Jetzt kommen wir da auch näher ran. Finden eine Kerze. Oh. Interessant. So, aber das können wir alles noch nicht gebrauchen, ne? Und es fehlt uns immer noch eine weiße Kerze. Na, vielleicht finden wir die ja unten in den Brunnen. Ja. Wir gehen mal unten in den Brunnen. So, das ist gut. Yay. Oh, der Fisch, der könnte hier hin. Wenn ich nur wüsste, wo ich den Gegenstand verwenden kann. Da ist auch mal was. Oh. Es könnte Tails versteckt bleiben. Leider fehlen einige Kacheln. Ja, da haben wir ja schon ein paar vorsehen. Okay. Gut. Eines zum Beispiel hier. So. Hier liegt... Ah, ne, das war gar keiner, ne? So. Die können wir auch noch nicht suchen. Ja. Die müssen wir noch mitnehmen. Wir brauchen noch einen Schuh. Hier liegt eine der Kacheln. So. Und wo ist die letzte Kerze? Äh, gehen wir jetzt mal um. Hier liegt eine der Kacheln rum. Sehr gut. Hier war keine Kachel. Wo ist denn noch eine Kachel? Zwei Kacheln benötigen wir sogar noch. Und die Ringe. Ringe, Ringe, Ringe. Ringe? Hier? Nein, da ist nichts. Wo sind denn die Ringe? Wo sind die Ringe? Zeigt euch. Ich finde euch ja doch. Okay, versuchen wir das mal hier draußen. Ähm, nein. Nein. Kachel. Sehr gut. Nein. Eine Kachel fehlt uns noch. Der Korken, weiß ich nicht. Hier kommen wir jetzt nicht mehr heran. Okay. Es fehlen uns noch drei Ringe. Hm. Und eine Kerze. Wo seid ihr, Leute? Wo versteckt ihr euch? Nee, ich sehe sie beim besten Willen nicht. Hm. Hier wohl nicht. Was ist mit hier unten? Da ist die Kachel. Okay? Ja, gut. Dann können wir schon mal in den Boden gehen. Das ist doch schon was. Haben wir das Rätsel auch schon mal gelöst. So. Okay. Gut. Um das Versteck zu öffnen, klicke auf die Knöpfe, um die Teile zu verschieben und das Bild wieder herzustellen. Natürlich. Gerne. Okay. So. Und wenn ich wüsste, was da hinten rauskommt soll. Ha. Gut. Gut. Das ist schon mal richtig. Die, äh, die an der richtigen Stelle sind. Leuchten auf. Gut. Gut. So. Zwei Striche nach unten. Ähm. Okay. Jetzt mache ich das mal so. Das hier gleich nach da oben. Gut. Dann passt das schon mal. Das hier nehme ich mal an. Kommt nach dort unten in die Ecke. So. Das heißt, das mache ich so. Und dann so. Ne, das passt nämlich gerade nicht. Hier. Hä? Okay. Ähm. Ja. Kann das sein, dass das da hinkommt? Ne, das kann nicht sein. Okay. Kann das sein, dass der hier da hinkommt? Warte mal. Wie mache ich das denn so? Das passt. Okay. Der kommt da hin. Hier zwei Striche. Es bleiben ja jetzt nicht mehr so viele übrig, na? Das hier sieht verdächtig nach da oben aus. Okay. Warte mal. Mache ich das da erstmal so? Ja. Jawohl. Okay. Das ist auch richtig. Den hier verfragte ich mal nach da unten. So. Okay. Den hier würde ich... Tja. Da hinsetzen, ne? Kann das passen? Das passt sehr gut. Du musst aber dorthin. Warte mal. Wie machen wir das eigentlich so? Ne. Öh. Wie mache ich das denn jetzt? Hm. Ich versuch's erst mal mit dir da hin. Eins, zwei, und zwei. Oh nein. Was hast du denn da kaputt gemacht, ne? Was hast du denn da kaputt gemacht, ne? Äh. Jetzt wird's knifflig. Jetzt wird's knifflig. Jetzt wird's knifflig. Ich... So. 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 ist das jetzt dumm. Da passt der. Okay. So. Jetzt müssen nur noch die beiden die Plätze tauschen. Ich mach mal mehr kaputt, als ich eine bekomme, ne? Oh, Menno. So, warte mal, wenn ich den jetzt da hinsetze. Und da. Ah, nein. Wie macht man sowas? Oh, ich bin ja echt schlecht drin, nicht wahr? Ich bin ja echt schlecht drin. Ich hab keine Ahnung. Ich hab wirklich, wirklich keine Ahnung. Ne, so sicherlich nicht. Nein, das ist nicht hier. Nein. Wie tausche ich denn zwei Plätze? Ich hab... So, jetzt hab ich meinen drei kaputt gemacht. Das ist doch auch was, oder? So. Ich verschieb sie nur immer weiter. Mann. So. So. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie macht man sowas? Ich hab dafür keine Strategie. Okay, komm, wir drücken jetzt auf Lösen. Ich hab dafür keine Strategie. Was hat Tale vor mir versteckt? Ah, Anna, wenn du dieses Buch findest, verstehe bitte, dass ich versteckt gehalten habe, bis du volljährig bist. Es ist voll von Märchen und Zaubersprüchen. Benutze deine Magie, um es zu öffnen. Das Buch wird dir sagen... Okay, zeichne ein magisches Symbol, um das Buch zu öffnen. Okay. Ist sie volljährig? Können wir das schon anzonen? Zauberlehrling, finde das Zauberbuch. Sehr gut. Klicke auf das Buch. Ich will erstmal die Kerze haben. Reise weiter. Oh. Ach, guck mal, das sind ihre Eltern. Oh. Und irgendjemand, irgendein Typ... Rätsel? Was ist da? Okay. Erforsche jeden Winkel von Dremia, um mehr mit den Helden, um unsere Helden zu lernen. Annas Kindheit. Ach, wie süß. Wie cool das gemacht ist. Okay. Jetzt wissen wir auch, wozu die Puzzlestücke hier da sind. So, die nehme ich mit. Dafür haben wir immer noch keine Verwendung. So, also die Puzzle. Der Puzzle, 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 Puzzle. Puzzle. Dafür haben wir immer noch keine Verwendung. Okay, aber warte mal, ich hab erstmal... Nein, warte... Oh. Okay, gut. Egal. Dann sammeln wir hier oben halt eben die Puzzlestücke ein. Puzzle, 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 Puzzle... Ist hier auch ein Puzzlestück? Nö. Ah, ein Puzzle. Du hast jedes Puzzle bekommen. Okay, also, das ist die glückliche Familie. Und irgendjemand, der da nicht so wohlgesäumt ist. Was? Reise weiter in... Herum, um... Herum, aber... Achso, hier, Annas Kindheit. Oh, sowas ist da auch drin. Ach, wie schön. Komm, das machen wir mal eben. Ist ja keine große Sache. So, erstmal die Seitenteile. Jawohl, du kommst da unten hin. Erstmal den Rand fertig stellen, ne? Genau da, so. Du kommst dort... Nee, du kommst dorthin. Ach, hier. Ja. Wie süß das gemacht ist, ne? Also, ich mein... Oh. Nee? Hä? Irgendwas macht die... So. Hm, okay. Hm. Da hin. Also da hin. Und du hier irgendwie hin. So, zum Beispiel. Und du... Halt, das war eben schon richtig. Okay, so. Obwohl Anna keine Erinnerung an ihre Eltern hat, wuchs sie in Tales of Pooch zu einem fröhlichen, unbekümmerten Mädchen auf. Sieben Jahre lang wuchsen ihre magischen Kräfte an einem geheimen Ort weit weg vom König im Schloss, versteckt vor den dunklen Mächten, die versuchen, alle Magie im Königreich zu absorbieren. Ui, okay. Erforsche jeden Winkel. Ja, alles klar. Wir müssen also weiter nach Puzzleteilen suchen. So, ähm... Wir gehen in den Keller. So. Und ab in den Keller. Genau, weil hier... Ja, genau. Hier. Na, komm schon. Hier können wir die Kerzen einbringen. Die Kerzen können wir anzünden. Sehr gut. Jawohl. Hier noch mehr Puzzleteile. Ach was. Puzzle... Na, Puzzle... Was ist das? Oh. Ein Ring. Sehr gut. Da ist nichts. Es ist eine weitere Aufgabe. Ich muss den Wiederherstellungszauber sprechen. Aber... Na gut. Okay. Um die Kristallkugel zu reparieren, muss ich eine Gegengestellende sammeln. Den habe ich schon gesehen. Ähm... Den glaube ich auch. Bin ich mir nicht ganz sicher. Den nehmen wir aber erstmal mit. Ein Ring. Es fehlen allerdings ein paar verzauberte Zweige. Nein. Jetzt muss ich die suchen. Ernsthaft? Tatsache. Jetzt können wir sie auch mitnehmen. Nach Fabelhaft. Okay. Ich brauche diesen Gegenstand noch nicht. Äh. Was? Es ist eine Zaubertrankmaschine. Ich muss die richtigen Zutaten finden. Wieso? Was fehlt denn hier noch? Ach so. Hier fehlen auch noch... Ach, hier fehlen die grünen Bottles. Natürlich. Sehr gerne. Ist überhaupt kein Thema. Ehrlich. Eine grüne Bottle. Okay. So. Hier ist erstmal nichts. Jetzt können wir diese Dinge nämlich auch annehmen. Jawohl. So. Dich auch. Dich auch. Dich auch. Dich auch. Dich auch. Oh. Das kann ich immer noch nicht verwenden. Kann ich den schon verwenden? Nö. Kann ich noch nicht. Äh. Na, die Nägel auch noch nicht. Okay. So. Äh. Ist hier denn noch mehr Holz? Nein. Das sieht nicht aus. Gut. Gucken wir mal hier. Da ist noch eine grüne Bottle. Für Dich brauchen wir auch noch einen Schuh, ne? Hm. Was ist das? Das ist gar nichts. So. Gehe ich mal wieder nach oben. Hier war nämlich noch... Warte, hier im Nest. Grüne Bottle. Das, das brauchen wir noch nicht. Okay. Ah, den haben wir schon fertig. Ja, alles klar. Machen wir aber später. Dich brauchen wir auch noch. Dich haben wir auch fertig ausgezeichnet. Jetzt brauchen wir nur noch die lündernde Flasche, ne? Hier geht nichts. Okay. Nein. Oh, ach so. Ähm, ähm, ähm. Hier hinten war, glaube ich, auch nichts, ne? Ne, ist denn hier unten noch was? Hier unten? Da ist noch eine grüne Flasche. Ja, sehr gut. Okay. Gut. Ach so, warte, halt. Ich muss ja auch mal gucken, ob es hier, ob es hier Holz gibt. Ne, hier gibt es gar nichts mehr. Dort sind wir fertig. Holz, Holz, Holz. Hier gibt es eine Menge Holz, aber kein Holz, das für den Besen gedacht ist. Das zählt auch alles nicht dazu. Meinetwegen. Okay. Bringen wir erstmal Dinge zurück, ne? Genau da hin. Jawohl, alles klar. Hm. Na ja, gut. Seht ihr hier noch Holz? Ich sehe keines mehr. Oder? Ich sehe keines mehr. Also, gehen wir erstmal in den Keller, bringen erstmal ein paar Dinge zurück. Wie zum Beispiel das hier. Oh. Okay. Um den Trank herzustellen, verbinde die Rohre, indem du sechs Teile vertauscht. Echt vertauscht? Nein. Ich war in dem Rätsel eben schon schlecht, aber das hier ist, äh, ne. Sorry, da bin ich so richtig miserabel drin. Oh, Mann. So. So. Das könnte funktionieren. Okay. Das. Aha. Das ist unbehaft. Okay. Ja, spitze. Okay. Okay. Das muss man aber noch irgendwie tauschen. Nee, das war wohl nicht richtig. Der hier. Kann man das rein? Oh, warte. Das war schon richtig. Okay. Hier ist der richtig. Da ist nur der richtig. Der muss da hin. Okay. Da kann ich jetzt erstmal den Dreier da hin. Dich dorthin. Dich dorthin. Ach du heiliger. Du musst da hin. Dich dorthin. So. Okay. Aha. Und dann ist der fertig. Okay. Alles klar. Geschafft. Gut. So. Hier da unten ist ja auch die Lösung für das Ganze. Das ist ja auch die Lösung für das Ganze. Okay. So. Du musst da hin. Und du musst nicht da hin. Ach, da muss der hin. Okay. Okay. Hier muss, äh. Der muss da hin. Die müssen einmal quasi im Kreis tauschen. So. Nee, warte mal. Der muss dorthin. Wie kann ich das so hinsetzen? So. Jetzt. Ja. Auch geschafft. Wow. Cool. Damit haben wir den Tank ausgezeichnet. So. Und hier sind doch die jetzt alle dran. Genau. Eins. Zwei. Drei. Super. Und dann nennen wir unseren Zauber. Na, 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 na. Nicht abrutschen. Nicht abrutschen. Yay. Tate scheint es gut zu gehen, aber die Schatten halt ihn gefangen. Christel, Tugel, zeig mir, wo er ist. Aber wo muss das Schloss der Könige sein? Wie komme ich da hin? Ich muss zuerst die Schläfring-Sympfe gehen. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Okay. So. Da ist ein Ring. Und hier ist etwas, was wir noch nicht brauchen. Ah. Okay. Jetzt können wir hochgehen und endlich dieses Rätsel hier fertigstellen. Yay. Bewege die Ringe von Stock zu Stock, um die Netze zu entwirren. Wie geht das? Zeig mal. So. Okay. Wie? Ach, das ist hier wie Türme von Hanoi. Ach so. Okay. Ach du liebe Zeit, ich kann keinen von unten nehmen. Na, das kann ja noch weiter werden. So, vielleicht. Der muss nach ganz unten, ne? Der muss doch ganz klar nach ganz unten. Oh. Okay. Den könnten wir eigentlich auch hier lassen. Und wenn wir den jetzt... Das geht gar nicht. Das ist schade. Okay. Wenn wir den jetzt da hinbringen. Da hat das natürlich Unsinn. Nee, ich muss den mit den vielen... Mit den vielen Verbindungen muss ich hier irgendwie hinbringen, ne? Okay, das ist mir mal versuchen. Nein. So. Aber das geht gar nicht, gell? Wie kann ich das so machen? So. Der hat auch viele Verbindungen. Ist völlig egal. Okay. Ist völlig gleichgültig. Okay. Das hier muss ich zugeben. Ist nicht eins meiner Lieblingsrätsel. Das ist völlig gleichgültig, ne? Der hier muss vermutlich hier hin. Nee, da gibt es ja auch die Verbindung nach unten. Okay. Wenn ich den jetzt da hinsetze. Den dort. Den packe ich erstmal hier. Nee, geht nicht. Nein, funktioniert nicht. Ich müsste den hier nach oben bringen. Warte mal. So. So. Nee. Hey, warte mal. Der hier überkreuzt sich. Der untere überkreuzt sich doch gar nicht. Was ist denn das Problem? So. Den da hin. Dreh jetzt hier hin. Nee, das passt nämlich gerade nicht, ne? Okay. Das hier ist schon mal cool. Euch beide muss ich wahrscheinlich noch tauschen, ne? Mal gucken, kriege ich das so hin? Das kriege ich so hin. Ah. Okay. Geschafft. Ja, cool. Okay. Wir können weitergehen. So. Ach, sieh mal einer an. So. Und da sind wir schon. Sehr gut. Wenn ich nur wüsste. Nee, halt, 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 halt. Nein, 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 nein. Nicht so eilig. Junge, die Dame. So. Das weiß ich noch nicht. Ersatzflügel. Jetzt können wir die ganzen, die ganzen, ähm, ähm, Federn sammeln. Toll. Da ist auch noch was. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Da war Holz. Jawohl. Du hast jedes Teil eines Puzzles. Oh, du kannst es nun zusammensetzen. Okay. Dann lass es mal tun. Rätsel. Ja, sehr gerne. Okay. Hm. Okay, passt. Hier, mit, mit, mit einem Würstchen. Natürlich. Mit einem Würstchen gehe ich auch immer angeln. Wie macht ihr das? Halt. Das war schon richtig. So. Okay. Lass mal gucken. Du musst so hin. Und ich hätte ich gerne so. Du. Nein. Okay, so. Also ich muss gestehen, dass es, äh, es ist sehr entspannt. Es ist erstaunlich entspannt. Und ich finde es gerade richtig gut. Ich weiß, es ist, äh, es fällt wohl in die Kategorie Wimmelbildspiele, vielleicht auch in die Kategorie Kinderspiele, aber ich finde es mega entspannt. Annas treuer Beschützer Tee, die Katze, ging oft allein zum Fischen. Er liebte die Einsamkeit und die leckeren Belohnungen. In seinem alten Boot sitzen, dachte er oft darüber nach, wie er einer eines Tages von der Vergangenheit erzählen würde. Aber er wollte sie nicht erschrecken. Also verschob er dieses Gespräch immer wieder, bis die Jahre vergingen. Hm. Okay. Hier können wir auch Dinge sammeln. Ich glaube, den, den Pinsel habe ich doch schon mal gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie mit der Windmühle verbunden. Natürlich. Da oben haben wir schon mal eins. Okay. Ach, Honig müssen wir sammeln. Wie schön. Gut, nachher geht es nicht weiter. Also würde ich doch tatsächlich jetzt erstmal zurückgehen und die Federn einsammeln. Wo sind die Feathers? Ah, das können wir auch nicht mitnehmen. Aber noch keine Anwendung für die Nägel. Nope. So. Halt. Ah, na gut. Aber ich könnte auch noch mal nach, ähm, nach weiteren Holz sehen. Ja, schon gut. Das hast du ganz prima gemacht. Okay, so. Halt, warte, da war eins. Nein, 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 nein. Zurück. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Da stand nur mein Mikro davor. Hier unten. Da, siehst du. So. Ha. Okay. Gotcha. Gut, in den Keller. Ich meine, das lag doch hier, oder? Nee, das sei ein Ruhdosenöffner. Hm. Da fehlt immer noch was für den Streu. Das liegt noch so verdächtig da herum. Hier scheint nichts mehr zu sein, ne? Okay. Gut. Ähm, 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 ähm. Mehr ist hier immer nicht. Gut. Eine Feder. Sehr gut. Okay. Wir gehen nach oben. Dafür werden. Sollten wir den Honig finden. Aber wir brauchen wahrscheinlich noch einen Topf für den Honig, nicht wahr? Hm. Eine Feder. Sehr wohl. Hier gibt es. Ah, hier ist noch Harz. Hier haben wir Feder und Harz. Okay. Gut, da haben wir den Harz. Der ist für die Löcher da okay. Gut, machen wir gleich. Ich würde mich nur gerne noch weiter proben sehen, ob es vielleicht noch etwas gibt. Das sieht ja nicht anders aus, ne? Hm. Dahinten ist gar nichts mehr. Hier unten meine ich auch gar nichts mehr. Eine Feder fehlt uns noch. Ah. Gut. Also, gehen wir mal zurück zum Hafen. Und das war für... Ne, wo für Ballinas? Äh, b-b-b-b-b. Ja, hier. Harz. Achso. Oh, okay. Gut. Einfach nur so. Meinetwegen. Na, ich brauche einen anderen Gegenstand. Hm. Es fehlen noch zwei Holz... Holz... Reisig. Reisige? Reisig? Ist die Mehrzahl von Reisig? Da. So, jetzt fehlt nur noch eins. Haben wir... Nein. 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 Hm. Da ist keins... Nee, schon gut. Na, nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Alles gut. Okay. Ich wüsste nicht, wo noch was wäre. Haben wir hier denn noch Harz? Nee, Harz brauchen wir auch gar nicht. Wir brauchen... Hm. Wir brauchen einen Pinsel. Den würde ich tatsächlich hier unten heran... Oh. Oh, nein. Das war mal eine Kachel. Habe ich die schon gesehen? Bin mir nicht sicher. Ist hier noch... Da ist Reisig. Okay, alles klar. Gut. Der Reisig kommt hier. Kommt hier hin. Hey. Hex, hex. Sehr gut. Gut. Damit kommen wir erstmal in die Pinata heran. So. Zack. Wusch. Es braucht ja viele Zeit. Okay. Ich mag mag Giesings zu Skrillen. Oh. Teil für Süßigkeiten. Hey. Ach. Wie cool. So. Gut. Dann gehe ich da mal zurück. Und wir können die Windmühle aufbauen. Hey. Und da geht es auch noch hinein. Und hier kommt erstmal... eher hier hinein. Okay. Da brauchen wir jetzt den Dosenöffner. Und hier haben wir das Dingelchen. Und hier haben wir das Dingelchen. Oh. Und hier brauchen wir die fünf Nägel. Alles klar. Ja. So. Also. Erstmal du hier. Zack. Yay. It's magic. Juhu. Eins. Was? Ja. Ach so. Zwei. Ach wie cool. Habe ich schon gesagt, dass das Spiel mega entspannend ist. Falls ich so nicht gesagt habe. Es ist mega entspannend. Guck mal. Reicht das denn schon? Okay. Jetzt brauche ich nur fünf Korken. Natürlich benötige ich fünf Korken. War ja klar. Okay. Na gut. Einen haben wir da. So. Einen Nagel. Und hier haben wir auch noch nichts gefunden. Ah. Das sieht mir doch doch verdächtig nach einem Rätsel aus. Hm. Okay. Hier ist noch ein Korken. Das auch. Noch ein Nagel. Noch ein Nagel. Ähm. Wo musste ich dich nochmal reinbringen? Ach ja. Genau da unten. Weißt du was? Dann gehen wir da jetzt erstmal hin. Ich bräuchte ja ohnehin einen Dosenöffner. Der lag ja hier. Genau. So. Du kommst nicht. Ah ja. Oh. Die Reihenfolge müssen wir uns merken. Alles klar. Eins. Zwei. Drei. Hm. Kater. Anna. Wenn du das hörst, dann habe ich versagt, dich zu beschützen. Es ist in der Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Du bist die letzte Magierin des Königsreichs, was dich in große Gefahr bringt. Die Königin braucht eine Magie und wenn sie sie bekommt, dann ist alle Hoffnung dahin. Geh zu den schläfrigen Sümpfen und finde so. Sie weiß mehr. Okay. Das ist der Weiß. Das Geheimnis zum Wahrnehmen guttut. Das ist in der Tat so. So. Ähm. Es lohnt sich immer mit offenen Karten zu spielen. Da ist noch ein Korken. Okay. Gut. Wieder zurück. Okay. Ich bin überrascht, wie lange diese Demo hier geht, ne? Wir sind doch schon seit geraumer Zeit am Start. Ähm. Nagel und... Was? Nagel und... Korken? Nagel und Korken. Korken. Nee, vielleicht oben. Nagel und Korken. Hm. Korken benötigen wir sogar noch zwei. Nein. Das, das? Nee, das ist kein Korken. Das da ist auch kein Korken. Hm. Korken. Ich weiß es nicht. Ich sehe keinen. Okay. Ich muss mal gehen, um den Fisch zu vergrößern und zu... Ja, ja. Das kriegen wir schon hin, Kaisel. Das kriegen wir schon hin. Gut. Genau, den Fisch vergrößern. Aber er hat auch weder Korken noch Nagel, ne? Hm. Hilft uns nicht weiter. Wo könnte sich das Zeug verstecken? Ich weiß, da haben wir schon ein paar Mal nach gesehen, aber ich muss doch nochmal gucken, ob hier unten irgendwas liegt. Nein, das ist nicht der Fall. Okay. Tja. Tja. Gut. Wenn hier denn nichts davon ist, dann wird es sich wohl in einem anderen Ort befinden. Da ist noch ein Korken. Da siehst du. Vier von fünf. Ja, ich brauche noch einen. Um dir das Schiff zu reparieren, benötigen wir noch einen Korken. Hier ist keiner. Noch nicht. Das da? Nee. Hm. Na schön. Gehen wir aber weiter. Das da macht mich auch noch nervös. Was sind das denn da für Dinger? Sieht fast aus wie... Ah, hier. Aha. Sieht fast aus wie Angelruten, ne? So, warte mal. Also, erst einmal hier. Die Dose öffnen. Mit... Fürstchen. Natürlich. Was sonst? Okay. Ähm, das war es noch nicht. Aber hier. Da können jetzt schon mal die Nägel hinein. So. Und mit dem Hammer festklopfen. Sehr gut. Jetzt haben wir eine Transportmöglichkeit für den Fisch ausgezeichnet. Hier ist was. Tail hat diesen Preis von Jahren beim königlichen Angeln. Und wer kommt? Oh. So. Okay. Na gut. In Ermahnung einer besseren Idee gehe ich erst mal zu dem Fisch zurück. So. Erschau'nlich, dass Tail den noch nicht gefuttert hat. Was kann ich benutzen, um das hier umzugraben? Was? Eine... Ein Schöpflöffel. Wo ist denn ein Schöpflöffel? Irgendwie der oben auf dem Dach. Halt, die Ahre. Der war schon... Ich hab ihn schon gesehen. Ja, ja. Ich hab ihn schon gesehen. Entschuldigung. So. Mal runter. Die Schöpfkelle ist hier. Okay. So. Und? Na, da kommen wir her. Hä? So. Ja. Wunderbar. Okay. Dich bringen wir auch gleich... Geht's dir gut da drin? Ah, ich brauche einen anderen Gegenstand. Was denn? Wieso? An was? Ich brauche... Ich brauche... Aber was denn? Wenn ich nur wüsste, welche Gegenstände ich verwenden kann. Hä? Aber müssten wir ihn nicht ins Meer schaffen? Weil der wird uns doch hier eingehen, oder? Hm. So, wo finden wir denn den letzten Korken? Okay. Korken, wo bist du? Korken, Korken, Korken. Korken, Korken. Korken, Korken, Korken. Ist hier ein Korken? Nein. Ich sehe nicht. Kann ich die eigentlich schon mal loswerden? Kann ich nicht. Okay. Liegt hier noch ein Korken herum. Nein. Hier drin. Ich sehe zumindest keine. Hier. Hm. Nein. Okay. Ich würde jetzt hier nicht mehr... Oh, achso. Okay. Äh, ja. Gut. Hier ist auch keine Ahnung. Da unten ist er. Der Schlinge. Der versteckt sich hier. Die Frage ist nur... Wo? Ach, hier unten. Da liegt er doch. Ah. Ja, super. So. Na dann mal wieder zurück zum Schiff. Und da können wir das jetzt stopfen. Nun. Lass das Brot zu Wasser. Ausgezeichnet. So. Was nun? Natürlich. Wir brauchen den Fisch. Wir brauchen das Würstchen. Und wir brauchen eine Art Geschirr. Wollen wir das denn gesehen? Okay. Okay. Also gut. Das Würstchen ist hier. Das ist leicht. Ähm. Gut. Das kann hier Schmack geben, ne? So. Den Fisch weiß ich auch. Das Geschirr weiß ich nicht. Wo das ist. Dazu brauchen wir wahrscheinlich noch diese Dinger hier, ne? Die liegen da einfach viel zu auffällig hier rum. Oh. Jetzt kommen wir da ran. Um das Tor zu öffnen, wird nicht schwer. Aber die Hebel fehlen. Aha. Da sind sie, die Hebel. Natürlich. Okay. Alles klar. Einer, zwei, drei. So. Lass uns das so mal eben machen. Okay. Um das Tor für das Brot zu öffnen, verschieben wir die farbigen Teile. Mache den Weg für die Hebel frei. Ähm. Okay. Ja, ist gut. Gut. Ich kann sie frei bewegen. Das ist gut. Achso. Okay. So. Damit hätten wir den ersten. Alles klar. So. Nummer zwei. Das ist leicht. Den nehmen wir so herum. Alles klar. So. Nummer drei. Drei. Ah. Okay. Verstanden. Ja. Drei. Und zack. So. Das ist leicht. Löse ein Millenspiel in 60 Sekunden. Ha. Weißt du Bescheid. So. Okay. Also ich weiß, wo ich den Fisch finde. Aber. Wo sind Träger. Ha. Gehen wir mal zurück. Wir werden ihn schon finden. Okay. Dann haben wir erstmal den Fisch. Fischi. Ja, komm mit. Na komm. So. Fein das. Okay. Aber wo ist der Hosenträger? Ist der noch? Hm. Wo liegt der herum? Das ist doch alles kein Hosenträger hier. Irgendwas da drin? Nee. Sonst könnten wir auch im Keller nachsehen. Da war ja auch jede Menge Gerümpel. Wir sehen mal im Keller. Ach. Der liegt da raus. Und in den Keller. Okay. Hier liegt jede Menge Gerümpel oben. Mit etwas glückliche Hosenträger dazwischen. Nein. 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 Ha. Ach. Der ist da drin. Ach so. Okay. Alles klar. Gut. Gotcha. So. Und jetzt aufs Meer. Aufs Meer. Jawohl. Fischi. Und Hosenträger. Und wir werden unseren nächsten Zauber. Juhu. Okay. Aufs Meer. Oh. Hm. Auf zu einer Insel. Was? 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 Das ist jetzt sehr... Was? Okay. Danke, dass du Anna auf ihrer schwierigen Reise geholfen hast. Du bist der erste Besucher, die wir in unserem Land haben. Also würden wir gerne wissen, was du so denkst. Gut oder schlecht. Du kannst deine Gedanken und Vorschläge teilen, indem du nur ein paar Fragen beantwortest. Wenn du den Rest der Geschichte erfahren möchtest, füge das Spiel zu deiner Wunschliste zu und folge A Tale for Anna auf Steam. Ganz ehrlich, ich finde es super. Ich weiß, das ist ein Kinderspiel. Ich weiß, das ist, ja, also jetzt nicht unbedingt high-end, aber das ist völlig egal. Ich mag die Geschichte, ich mag, wie es aufgebaut ist, ich mag die Rätsel und wie ich schon bemerkte, ich finde es total entspannt. Und euch danke ich jetzt erstmal vielen, äh, sehr fürs Zuschauen. Jo, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Macht es gut. Tschüss.